Sie hören SWR 4 Baden-Württemberg mit dem Schwabenradio, Glasnost und Perestroika, Moskau in den Wendejahren und Gabriele Krone-Schmalz. Die Historikerin, Fernsehkorrespondentin und Moderatorin der ARD ist heute zu Gast in Ulm in unserer SWR-Reihe als Autorin im Gespräch. Sie gilt als eine der besten Russland-Kennerinnen in Deutschland. Ihre Bücher, wie Russland verstehen, landen regelmäßig auf Bestsellerlisten. Dieses Buch ist seit vorigem Jahr nun in der 15. Auflage erschienen. Ihr markanter Kurzhaarschnitt ist zu Ihrem Markenzeichen geworden, jedenfalls optisch. Frau Gabriele Krone-Schmalz jetzt live bei uns im SWR-Studio Ulm. Was schätzen Sie an Russland besonders? Das ist natürlich eine Frage, die einen wirklich überfordert. Ich versuche es mal so. Viele Menschen fragen mich, warum lieben Sie Russland so? Und mit lieben hat das nichts zu tun. Ich denke, wenn man als Auslandskorrespondent in einem Land arbeitet, dann muss man sich auf dieses Land einlassen. Man muss nichts von dem gutheißen, aber man muss sich darauf einlassen. Und das, was ich eben in diesen entscheidenden Jahren von 87 bis 91 da mitbekommen habe, in diesem Koloss, größter Land der Erde, hat mich beeindruckt, hat meinen Horizont erweitert und hat mir klargemacht, dass wir nicht der Maßstab aller Dinge sind, dass es auch andere Länder, andere Menschen, andere Sichtweisen gibt. Das ist keine schlechte Erfahrung. In Ihrem Buch gibt es einen Untertitel Arroganz des Westens. Was regt Sie denn so sehr am Westen auf, auch an der deutschen Haltung? Mit diesen Verallgemeinerungen tue ich mich ja selber schwer. Aber man kann es ja nicht anders. Man muss ja irgendwo anfangen. Mich regt auf, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Sobald von Russland die Rede ist, ist alles immer viel schlimmer. Die Dämonisierung des russischen Präsidenten ist eigentlich durch nichts mehr zu rechtfertigen. Man muss sich die Dinge an Ort und Stelle angucken. Man muss Russen zu Wort kommen lassen, und zwar auch diejenigen, die die Mehrheit in diesem Land darstellen. Und es ist mir zu platt und zu primitiv, alle Argumente oder alle Gedanken, die nicht in unsere oder in westliche Denkweisen passen, immer mit dem Etikett Propaganda zu versehen, hat den Vorteil, muss man sich nicht mit auseinandersetzen. Es gibt ja zwei wunde Punkte schon seit Jahren. Das eine ist die Krim und das andere ist die Krise und der Konflikt in der Ostukraine. Das schwelt ja auch weiter. Wie gefährlich ist denn die Situation im Moment? Ich halte die Situation für sehr gefährlich. Da ist eine Eskalation eingetreten, die, wie ich finde, durch nichts zu rechtfertigen ist. Und ich meine auch, dass es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit von Journalisten ist, die Interessen auf allen Seiten mal offen zu legen. Welches Interesse haben die Russen? Welches Interesse haben die Vereinigten Staaten von Amerika? Was ist eigentlich unser Interesse? Wie sieht das aus mit dem Interesse in der EU? Wo geht das auseinander? Wo läuft das zusammen? Damit man mal begreifen kann, welche Dinge warum wo passieren. Stichwort Manöver. Also da gibt es eine ganze Menge dazu zu sagen. Und wir, sag ich mal, sind dazu da aufzuklären und nicht irgendwie, sagen wir mal, Verlautbarungen, nur weil sie aus der geografisch richtigen Seite kommen, auch unkommentiert so darzustellen. Frau Krone-Schmalz, inzwischen gilt ja Russlandversteher eher als Schimpfwort. Bei dem Titel liegt es ja auch nahe, dass man Sie als Russlandversteherin bezeichnet. Stört Sie das? Also ich persönlich komme damit klar, aber ich finde es, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das höflich ausdrücken soll. Was ist in einer Gesellschaft passiert, wo man mit dem Begriff Verstehen etwas Negatives bezeichnet? Also Verstehen muss man ja semantisch nicht so einengen, dass das heißt, ah, ich verstehe dich so gut, ist in Ordnung, was du machst. Sondern Verstehen ist ja erstmal die Grundlage, dass man etwas begreift. Und auf dieser Grundlage kann man dann möglichst intelligent entscheiden. Wenn man etwas nicht versteht, macht man Blödsinn. Verstehen Sie denn das angespannte Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, Russland und Deutschland auch? Ich kann es erklären. Und es wäre vielleicht auch vieles geholfen, wenn man Raum ließe insgesamt, wenn man Raum ließe, zu erklären, was der Westen von Russland aus gesehen als negativ betrachtet, also wie die uns behandelt haben oder was uns gegenüber von Russland aus gemacht worden ist, was wir nicht so gut gefunden haben. Aber dann gehört zur anderen Seite der Medaille eben auch, was in Russland wie aufgenommen worden ist. Das Stichwort NATO-Osterweiterung zum Beispiel ist ja nicht das Einzige. Oder einseitige Kündigung von Abrüstungsverträgen etc. etc. Da gibt es eine ganze Latte, das habe ich ja auch aufgelistet. Und wenn man diese gegenseitigen, sagen wir mal, Verletzungen, wenn man die offenlegt und darüber auch ehrlich reden würde und nicht immer so tun, als wäre von der einen Seite alles die hehre Wahrheit und von der anderen Seite die pure Propaganda, käme man wahrscheinlich ein Stückchen weiter, wäre sinnvoll. Es gibt ja diplomatische Beziehungen. Können das die Diplomaten nicht leisten? Ja, wie sollen die das leisten, wenn immer, wenn es heikel wird, genau die Foren, die dafür da sind, dass man miteinander redet, NATO-Russland-Rat oder auch G8 zum Beispiel, dass sie dann ausgehebelt werden, weil man sagt, ja, die Russen dürfen aber jetzt nicht mehr bei uns am Tisch sitzen. Was ist das für eine Vorstellung von Politik und Diplomatie? Der NATO-Russland-Rat ist ja nicht gegründet worden, damit die zusammen Kaffee oder Tee trinken, sondern genau für Situationen, wo etwas eintritt, dass Missverständnisse entstehen, dass man Dinge ausräumen muss, immer mit Blick darauf, dass wir doch bitteschön den Frieden, soweit man davon reden kann, in der momentanen Welt erhalten kann oder dafür auch arbeiten kann. Sie schreiben ja auch, dass wir in Europa keine Ruhe finden werden, wenn wir Russland nicht einbeziehen als Großmacht. Wieso? Das ist doch völlig klar. Gucken Sie doch einfach auf die Landkarte. Also uns trennt von Russland, also Deutschland, Westeuropa, Europa trennt von Russland eben kein großes mehr, sondern wir sind Nachbarn im besten Sinne des Wortes. Und es gibt eine ganze Menge, was in Eurasien, das ist ja auch so ein Stichwort, da sagt ja jeder wieder, das ist Propaganda von Russland, Eurasien und dann gegen die USA. Das ist alles Quatsch. Man sollte sehen, dass die Voraussetzungen, die man mitbringt, die eigenen Interessen, die wichtig sind, die man benennen muss, das ist völlig legitim, dass man dann das so zusammenführt, dass die Menschen, die in diesen Bereichen leben, am meisten davon haben. Und die Menschen haben am wenigsten davon, wenn man in eine Eskalationsspirale reingerät und Feindbilder aufbaut, wo keine sind. Sie kritisieren die Feindbilder, auch die Schwarz-Weiß-Malerei, die einen sind gut, die anderen sind böse. So ist es. Putin immer als Bösewicht, als Machtpolitiker, als Grupellose. Die Anteile hat er ja aber auch. Ja klar, aber Propaganda können alle. Und ich bin immer etwas skeptisch und hinterfrage das sehr gerne, wenn Interessenpolitik des Westens versteckt wird hinter humanitären Vorwänden. Das ist nicht fair. Es ist absolut fair und in Ordnung, ich bin ja nicht naiv, wenn ein Land, egal welches, seine Interessen formuliert und sagt, da will ich mir nicht reinreden lassen, da muss ich unbedingt hin, das hätte ich gerne so, aus dem und dem und dem Grunde, bitteschön. Aber nicht so tun, als wäre das zum Wohl der gesamten Menschheit. Russland Verstehen, das ist ein weites Feld. Ihr Buch Russland Verstehen ist im Verlag CH Beck erschienen, kostet rund 15 Euro. Und Ihnen, Frau Krone-Schmalz, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Gerne, Dankeschön.